Red Bull-Boss Didi Mateschitz hält sich normalerweise mit öffentlichen Statements eher zurück. In der Corona-Krise ist ihm jetzt aber scheinbar der Kragen geplatzt. Gegenüber seiner eigenen Online-Plattform Addendum macht sich Mateschitz jetzt Luft. Wie Addendum-Chefredakteur Michael Fleischhacker in seinem Newsletter berichtet, teilt Mateschitz jetzt hart gegen die Kurzregierung aus. Angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Corona-Shutdowns sagt er im Gespräch, Mir kommt das so vor, als ob mir jemand ins Knie schießt, um mir dann einen Kredit für die Operationskosten anzubieten. Seit dem Shutdown steht Österreich praktisch still. Die Wirtschaft ist auf ein Minimum heruntergeschraubt und auch tausende Firmen, ob kleine Unternehmen oder riesige Konzerne sind in der Krise. Und da hat nicht nur der Red Bull-Chef und reichste Österreicher daran zu knabbern. Besonders hart trifft es viele Klein- und Mittelunternehmen. Sie stehen vor dem Ende ihrer Existenz. Seit Anfang der Woche läuft die Antragsfrist für Zuschüsse aus der zweiten Tranche des Corona-Härtefallfonds für Kleinstunternehmer. Mit dem Geld, bis zu 6.000 Euro auf drei Monate, sollen Einkommensverluste abgefangen werden. Der Kreis der Anspruchsberechtigten könnte nun nochmals erweitert, das System weniger kompliziert werden. Verhandlungen sind angelaufen.